Vertreter der Gewerkschaft von Samsung Display haben am Montag den ersten Streik seit der Unternehmensgründung gestartet. Es ist zudem der erste Streik bei einer Tochterfirma der Samsung Group, nachdem Lee Jae-yong, Vize-Vorsitzender von Samsung Electronics, letztes Jahr den Verzicht auf die Politik versprach, keine Gewerkschaft zu dulden. Die Gewerkschaft rief am Werken A-San feierlich ein Komitee für den Arbeitskampf ins Leben. Sechs hochrangige Mitarbeiter legten als erst ihre Arbeit nieder und starteten einen Sitzstreik. Je nach dem Verlauf der Verhandlungen will die Gewerkschaft mehr Mitglieder an dem Streik beteiligen. Da es sich um den ersten Streik nach der Gründung der Gewerkschaft handelt und nur rund zehn Prozent der Angestellten der Gewerkschaft angehören, hat sich diese anscheinend zunächst für den Streik mit hochrangigen Mitgliedern entschieden. Die Geschäftsführung teilte jedoch lediglich eine grundsätzliche Position mit, dass sie Bemühungen um einen Dialog mit der Gewerkschaft unternehmen werde. Sie hält an der Position fest, dass die Löhne höchstens um 4,5 Prozent angehoben werden könnten. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung des Grundgehalts um 6,8 Prozent. Sie wolle einen unbefristeten Streik nicht ausschließen, falls das Management seine Haltung nicht ändere, hieß es.